Jo, was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem weiteren Workout-Vlog. Wir sind in der letzten Trainingswoche des aktuellen Mesozyklus. Ich bin schon ziemlich fried, muss ich sagen. Also, ja, ich freue mich auf den Velo, ich freue mich auf High Days. Diese Woche wird nochmal ordentlich gepusht mit den niedrigen Makros, beziehungsweise mit den niedrig erhöhten Makros. Also, wir haben statt 150 Gramm Carbs 175 bekommen, was fantastisch ist, damit wir die Rate of Loss ein bisschen stagnieren lassen, weil ich dann doch relativ flott unterwegs war. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann bitte klickt es unten auf Abonnieren, drückt es ein Like, lasst es mal einen Kommentar da. Ich freue mich natürlich über euer Abo, euer Feedback. Es kostet euch nichts und es hilft mir unglaublich viel, denn ich möchte unbedingt YouTube-Partner werden und dazu brauchen wir 1000 Follower und at least 4000 Minuten Watchtime in den letzten 365 Tagen. Und das werden wir hoffentlich bald hinbekommen. Die letzte halbe Woche, Revue passieren lassen, hat die Verdauung abrupt gestanden. Also, da waren viele 88er, 89er Einwagen jetzt mit dabei. Heute wieder eine 89er Einwage, obwohl ich nach dem gestrigen Stuhlgang eigentlich gehofft habe, dass es eine 87er Einwage wird. Aber ja, overall machen wir genauso weiter wie gehabt. Heute wieder Stuhlgang fantastisch, hat sich aktiviert nach dem Essen, Barabing, Barabum, Barabang, ja. Also, das war super gut. Schauen wir mal, wie das Gewicht sich morgen entwickeln wird. Wir haben heute einen wunderbaren vollen Tag mit Check-Ins am Programm, unsere eigene Homepage, die wir noch immer nicht fertig bekommen haben, was mich sehr unfuckt, weil ich an einem Typeform-Problem sitze mit dem Embedded-Stuff. Und ja, das sind so aktuell meine Struggles, mit denen ich kämpfe. Aber trotzdem, overall bin ich happy damit, dass die Homepage jetzt schon mal schon ein bisschen anders strukturiert und überarbeitet ist. Es fehlen noch ein, zwei Fotos, die noch gemacht gehören. Das wird alles heute noch eventuell fertig gemacht, beziehungsweise heute muss ich noch ein Kunden-Onboarding fertig machen, einen Plan anfangen zu schreiben für den Kunden. Und dann sind wir auch heute durch, haben noch am Abend einen Termin. Also wird sich der Plan wahrscheinlich heute im Kopf erst manifestieren, weil er hat mir erst seinen Plan heute am Nachmittag durchgeschickt und dann, je nachdem, wie mir die Trainings aussehen werden, werden wir das Ganze uns anschauen. Overall, wie geht es mir körperlich, wie geht es mental? Mental ja, ist okay. Körperlich bin ich ziemlich müde, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich würde schauen, dass ich hier wirklich schön durcharbeiten kann, jetzt vor allem diese Session durcharbeiten werde. Es stehen wieder natürlich unsere Pull-Around-On-Hammer-Strength-ISO-Lat-Pulldown und dann haben wir unsere Hammer-Strength-Inclimb-Press als Main-Drück-Movement-Of-The-Day, würde ich jetzt mal so sagen. Somit, meine Freunde, lasst uns gemeinsam Gas geben, vergesst nicht im Kanal abonnieren, Glocke läuten, Kommentar da lassen und das Video teilen. Somit geht es jetzt auf in unsere Let's-Push-Einheit, lasst uns Gas geben und wir sehen uns im Gym. Let's go! 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 Das war's für heute. So meine Freunde, 9 bis 13, 55 Kilo, let's go, sitz tief, einfach dass wir in der Startposition schon so einen guten Stretch sind. Yep. Und Musik aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, drei, neun, viel noch. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Danke. Das war's für heute. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beim Ziehen ist der Lenkler am stärker, in der Position. So da, back off, 13 bis 17, 45 Kilo, let's go. Gut durchgefahren. Gut durchgefahren. So meine Freunde, diesmal ohne Weitwinkel. Leicht von der Seite, Schrake, 5 bis 7 Reps, let's go. So meine Freunde, 65 Kilo, 13 Rips im Backoff-Satz im ersten, let's try it out. Uh, das war ein Smoothie, 13 bis 17. Jetzt bist du deppert. Geil. So meine Freunde, zweiter Backoff, 9 bis 13, let's go. Oh. Hm. Come on, zwei noch. Zwölf. Nächstes Mal mache ich es vor, Leider. Im nächsten Messe Zyklus. So, da. Elf bis fünfzehn. Let's go. Hundertzwanzig Kilo weiter. Ein bisschen zehn Wiener ist das. Let's go. Oh. 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 Ja. Komm. Ja. Ich glaube 28,75 ist da ca. das Gewicht, was wir machen. Äh, nein. Wir machen 16,25 und geben hier noch ein bisschen was dazu. Also knapp 17 Kilo. Ja. Ja. Vier. Neun. 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 Zehn. Neun. Zehn. Neun. Neun. Zehn. Neun. Neun. Zehn. Neun. Zehn. 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 Bearbeitung. Zehn. 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 10 10 1 Jetzt lähe ich aufserein. 1 3 3 1 Achtung! Oh! 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 Ah! Oh! Oh! C'est bon! C'est bon! C'est bon! So, letzter Satz, let's go. Was ich merke, ist, ich muss wirklich aktiv den Arm durchstrecken, also Trizeps anspannen, dass ich ihn wirklich gerade durchstrecke, sonst bin ich da immer so leicht in einem Winkel drinnen. Aus meiner Sicht schaut es aus, wenn ich einen geraden Arm hätte, aber wenn ich die Übung mache, ist es natürlich nicht so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, links, sieben, rechts, neun, zehn, elf, zwölf, komm dann, ein, zwei, fünf, dann, ein, zwei, drei, drei, vier, fünf, dann, ein, zwei, Da, da, hier, fünf, sechs, nehm, acht, neun, zehn, wo, komm, eins, zehn, neun, zwei, acht, neun, F�니다, muszę controllować. Es tut mir leid. So meine Freunde, kommen wir zum Review unserer Let's Push Einheit, eher so eine 7 von 10 würde ich jetzt fast mal sagen, 6 von 10, irgend sowas in die Richtung, einfach aus dem Grund, weil ich ein bisschen müde bin, ich habe jetzt alles gegeben und für mich wirklich, sagen wir so, gerädert oder unter die Räder gekommen irgendwie, vor allem hier jetzt schon aufs nächste Meal und ich bin eigentlich schon ziemlich durch, gehen wir es durch von Anfang an, die Horizontal Pulls waren sehr, sehr gut, der Vertical Pulldown war auch okay, ja, also die 55 sind da wirklich gut gegangen, ich weiß nicht warum in der App da 60 Eintragen gewesen sind vom letzten Mal, aber ich muss das jetzt auch machen, es ist wirklich heiß, wir haben 32,5 Grad Hover, gerade Dostrowski, ich hoffe das Sound wird trotzdem halbwegs passen, auf jeden Fall Horizontal Row war gut, Vertical Pull war auch sehr, sehr gut, da habe ich gemerkt, okay, links ist da glaube ich der stärkere Arm in dieser vertikalen Zugbewegung, ja, in der horizontalen Zugbewegung ist der linke eigentlich meist der schwächere sogar, beziehungsweise, ich habe mit dem linken Ellbogen kleinere Problemchen, deswegen tue ich immer am Abend mit dem Powerball trainieren, also mit dieser Kugel, mit der man rotiert, ja, immer am Abend so kleine Trainingseinheiten machen und schauen eben, dass das halt alles wieder besser wird, jetzt mache ich wieder das Fenster zu, Jesus Maria. Dann Inclined Chest Press, sehr gut gewesen mit den 5,5 Raps, wie die 85 Kilo, smooth, stark, kontrollierte Raps, ihr seht, wie stark eigentlich die Maschine wackelt, wenn ihr genau hinschaut, vor allem auf die rechte Seite, die näher an der Kamera ist, eigentlich, wie stark diese Maschine, was die für ein Spiel hat, beim Drücken, und dann natürlich auch die Back-Off-Sätze, der erste Back-Off-Satz ist gegangen, wie geflutscht, als wenn ich noch nie in der Prep wäre, der ist, da bin ich drüber gefahren, dann der zweite, schon eine Rep verloren, und dann ist es eigentlich von der Performance her eher ein bisschen in den Keller gegangen, da merke ich immer, okay, da ist dann die Luft auch bei mir schon raus, ja, also die zwei Pull-Bewegungen und die eine Press-Bewegung sind schon, sag ich mal so, 80%, die kosten mich 80% vom Training, von der Energie her, danach noch die Top-Leistung beim Drücken und bei der Triceps Extension und bei den Curls zu bringen und bei den Delts, ist halt immer so dann eine Motivationsfrage halt, weil die Motivation nicht so hoch, somit Bratano-Pro-Dukas hoffen wir, dass morgen besser wird, morgen sind Beine dran, ja, wir müssen uns freuen, wir müssen das Mindset ändern, dass wir uns auf Beine freuen, somit, ich freue mich morgen auf Beine, wir werden morgen Gas geben und schauen, dass wir die 2-1-G endlich wieder ordentlich bewegen werden, ja, und dann die Hip-Trust mit die 190 richtig schön explodieren lassen, ja, letzte Woche geben wir nochmal alles vor dem Deload, und genau so eine Motivation brauchen wir einfach, somit Bratano-Pro-Dukas, vergesst nicht, Kanal zu abonnieren, Glocke zu liken, zu subscriben und mir auf Twitch, Instagram und Co. zu folgen, ich freue mich natürlich, wir sehen uns beim nächsten Video, ich küsse eure Augen und gute Erde!